Gleich in mehreren Folgen von Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft, geht es mal direkt, mal indirekt um demokratischen Sozialismus. Nicht alle wissen, was das ist und deswegen gibt es dieses Video hier. Was ist demokratischer Sozialismus? Demokratischer Sozialismus, das ist eine politische Theorie, die davon ausgeht, dass nicht nur die politische, sondern auch die ökonomische Sphäre nach demokratischen Prinzipien organisiert sein sollte. Diese Forderung nach einer Demokratisierung der Wirtschaft, die hebt den demokratischen Sozialismus auch zum Beispiel klar von der Sozialdemokratie ab. Und diese Demokratisierung der Wirtschaft, die beinhaltet im Kern drei Elemente. Erstens sollen alle Menschen das gleiche Anrecht haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Nur als Kontrast, das ist im Kapitalismus überhaupt nicht gegeben, denn dort werden nur kaufkräftige Bedürfnisse befriedigt, wie abstrus die auch immer sein mögen, während viele Menschen nicht mal ihre Grundbedürfnisse stillen können. Zweitens sollten alle Menschen, die eine Arbeit haben, auch mit gleichem Recht darüber bestimmen können, wie sie arbeiten möchten. Und drittens sollte es ein Anrecht auf die Unversehrtheit des Planeten geben, da dieser ja eigentlich die Lebensgrundlage für uns alle darstellt. Die Frage nach den Besitzverhältnissen, die wird von demokratischen Sozialistinnen und Sozialisten dabei unterschiedlich beantwortet. Grundsätzlich werden natürlich Spielarten des gemeinschaftlichen Besitzes bevorzugt, die aber dann unterschiedliche Formen annehmen können. Und das reicht von Genossenschaften und Kooperativen über eine radikale Ausweitung der öffentlichen Gemeingüter bis hin zur grundsätzlichen Überführung des Eigentums an Produktionsmitteln in Formen des Gemeinbesitzes. Der demokratische Sozialismus, der stellt also eigentlich eher eine Art Spektrum unterschiedlicher Sozialismen dar, das sich aber in eine Richtung ganz klar abgrenzt, und zwar gegenüber hierarchisch autoritär organisierten Formen des Sozialismus, wie man sie zum Beispiel in der ehemaligen Sowjetunion erlebt hat. Die Betonung und Ausweitung demokratischer Prinzipien im demokratischen Sozialismus, die stellt ja gerade die soziale Teilhabe in den Mittelpunkt. Das Individuum, das soll sich eben nicht unter hierarchische Strukturen unterordnen müssen, sondern im Gegenteil größere Freiheitsgrade erlangen, indem man sich aktiv in die gesellschaftlichen Gestaltungsprozesse einbringt. Also eigentlich eher kollektive Gestaltung statt kollektiver Unterwerfung. Wenn ihr mehr erfahren wollt zum Thema demokratischem Sozialismus, dann kann ich euch zum Beispiel die Episode 20 mit Ines Schwertner empfehlen. Oder auch Folge 18, da spreche ich nämlich mit Simon Schaub über Kybernetik und radikale Demokratie. Da könnt ihr so manches über die Frage der Demokratisierung der Wirtschaft unter heutigen technologischen Bedingungen erfahren. Ihr findet alle Folgen von Future Histories auf www.futurehistories.today und natürlich hier auf diesem YouTube-Kanal. Gerne abonnieren und mit Thumbs-up versehen. Bis dahin, ich freue mich. Nachdem ich dieses Video hier fertiggestellt hatte, hat sich eine überaus erfreuliche Kooperation ergeben. Jacobin sponsert das Video mit einer Promo-Aktion, bei der ihr das Jahresabo um 10% vergünstigt erhaltet, wenn ihr es über diesen Link hier bestellt. Dadurch unterstützt ihr Future Histories und ihr erhaltet ein Magazin vergünstigt, das ich persönlich immer wieder mit großem Interesse und Gewinn lese. Zum Beispiel in der neuen Ausgabe, die so aussieht, findet sich ein wirklich ausgezeichnetes Interview mit Isabella M. Weber, Autorin von How China Escaped Shock Therapy. Ein Buch, das wirklich ganz großartig ist und das ich ebenfalls mit großem Gewinn gelesen habe und auch ich durfte schon mal einen Artikel beisteuern zu Jacobin in Ausgabe 2. Da findet ihr meinen Beitrag, unsere neue sozialistische Ökonomie, der sich in einer kurzen Spekulation zu zukünftigen Formen der Planwirtschaft übt. Ich persönlich, ich hasse Werbung, ich sage es frei heraus, aber ich mag Jacobin und dass sich das eine gegen das andere durchgesetzt hat, unterstreicht meine Empfehlung für dieses Magazin. Ich glaube, es ist wichtig, dass es so etwas gibt wie Jacobin und ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass auch ihr es mit Bereicherung lesen werdet und jetzt zurück zum Video. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Wahrscheinlichkeit hochwertig sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Wahrscheinlichkeit hochwertig sind. Vielen Dank.